Kein Selbstmord. Was meinen Sie, Doktor? Na, ganz Ihrer Meinung. Das war sicher kein Schuss aus nächster Nähe. Und die einzige Zeugin schweigt. Es kann sein, dass der Täter oder die Täterin ihre Tochter gesehen hat. Ja, dann kümmern Sie sich da drum. Es ist einfach gesagt. Hey, du fettes Opfer! Ist was! Bezieh dich und ich steck dich ab! Es ist Jagdzeit im Tatort. Am Sonntag im Ersten.